Remix. Remix. Metal Gear. Das sind wir schon wieder. Okay, also. Ziel ist es, wir verfolgen eine junge Dame bis hier hin. Das heißt, wir müssen den einen den einen Soldaten ausfindig machen mit einem, mit einer wundervollen Hinterbewegung. Wir müssen dabei nicht erwischt werden. Kann einer von diesen beiden Soldaten sein. Es ist wahrscheinlich dieser Soldat. Dieser Soldat. Seppel, kannst du uns wieder beruhigen. Geht das? Okay. Oh nein, da ist noch einer da oben. Das ist schonmal der... Okay. 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 Also wir sind jetzt gezwungen, Soldaten auf den Hintern zu starren. Wen sollen wir starren? Wir sollen Soldaten auf den Hintern starren. Ach stimmt, wir sind jetzt in diesem Teil. Ja. Definitiv der Höhepunkt in diesem Spiel. Ich habe extra einen Zoom-Level von 1000, um Leuten auf den Hintern zu starren. 1000! Okay, gucken wir mal in welche Richtung diese Person läuft. Okay. Vergiss nicht den Okay-Countern. Okay. Das ist definitiv keine tolle Hinterbewegung. Du kriegst von mir 0 Punkte. Wo war denn da gerade... Wo war die Emotion? Ja. Wo war die Leidenschaft? Da war kein Shaken. Da war nichts. Ja. Guck mal diesen Gang. Einen Level 6 Schlüssel brauchen wir dafür. Was könnte das wohl sein? Ihr müsst jetzt erraten, was ich hier esse. Duplo. Anhand der Geräusche. Duplo. 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 Du hast ja gesagt, das ist ein Kinder-Country. Er lügt euch ja. Er lügt euch ja. Er lügt euch ja. Flüster, 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 flüster. Lalalalala. Hmm. Lacker. Also ich stehe jetzt hier in der Ecke. Aber weil von dem Kerl das Sichtfeld nicht so weit reicht von der Tür... Wow. Oh boy. Oh boy. In diese Richtung. Oh das ist sie. Ja. Oh boy. Oh boy. Da muss ich mal auf den Arsch gucken. Kann ich sie beobachten? So. Einer. Ne, ich soll ja nicht rein. Ich soll sie jetzt anrufen. Ach komm. Weil sie ist sie sicher. Okay. Oder auch nicht. So, kontaktiere sie. No response. Okay, dann muss ich wohl einfach hingehen. Ist grad am Pissen. Wait a second. Ist sie etwa... Sie ist im Klo entkommen. Ist sie nackt? Ist sie irgendwo hier? Wie unlogisch. Die muss doch irgendwo sein. Naja. Naja. Plötzlich taucht sie hinter mir auf. Sie ist Ninja. Die hat doch genau rumgeguckt. Wo ist sie hergekommen? Gibt es jetzt den Sexanteil in dem Spiel? Oh yes. Was? Das war ja gar nix. Warte. Ist doch egal, man sieht die Nippe. Warte mal. Sie wurde einer Therapie unterzogen, damit sie kein Interesse mehr an Männern hat? Ja. Deswegen bist du jetzt gerade in einer Verkleidung. Der guckt doch nicht auf ihre Arme, er guckt auf ihre Nippe. Das ist auch logisch. Ja. Ich war ein Fan von Foxhounden. Und Leute wie du und mein Junge waren. Niemand von dieser Therapie, wie es heute gibt. Sie waren wirklich Human. Als ob der so übernatürlich viele Muskeln hat. Ja. Das sieht so komisch aus seiner Rüstung. Oh shit. Ja. Selbst die Leute, die er retten muss, kann er töten. Flasche. Oh, ich bin alleine. Ich bin so alleine. Ja. Jetzt würde mich mittlerweile echt interessieren, wie es in Deutsch geklungen hätte. Furchtbar. Ja, ist es. Weil ich dich liebe. Oh shit. Oh mein Gott. Er hat es gerade fallen. Er hat es gerade fallen. Er hat es einfach losgelassen. Great butt. What the f***. What the f***. Was hat er denn gesagt? Sie meinte, wie hast du mich erkannt? Und er so, ich vergesse niemals eine Lady. Und sie dann so, was war es denn? Und er so, du hast einen großartigen Hintern. Was ist die richtige Antwort? Der Kerl ist einfach frei raus. Der absolute Schlammler. Die Arme sind echt gruselig. Ihre Schultern. Also das sieht natürlich sehr viel besser aus in Twin Snakes. Ja, klar, logisch. Tja. Drei Schlüssel sollten das sein. Wieso hat sie nur einen? Was ist wohl unser nächstes Ziel? Was ist wohl unser nächstes Ziel? Es muss irgendwo sein. Es ist ein Untergrund, der in die Space zu dem Norden. Tauch mir auch. Ich weiß diesen Ort besser als du. Tauch mir. Ich werde dich nicht schlauern. Ich versuche. Ich versuche. Und was, wenn du das? Dann kannst du mich schlauern. Was? Oh, sch***. Der Kerl ist klar, Leute. Okay. Du kennst, ich benutze nicht makeup wie andere Frauen. Die Musik. Die Musik. Ich habe immer diesen typischen Mädchen verliebt. Okay. Warum? Erzähl uns deine Geschichte. Und warum? Aber ich war falsch. Es war der von deinem Onkel. Mein Vater. Oh, dein Vater. Ich glaube nicht, dass wir Zeit für das haben. Shut the f*** up! Okay. Das ist nicht wahr. Ich dachte, wenn ich ein Soldier geworden bin, könnte ich ihn besser verstehen. Oh, sch***. Nein. Nein. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ich rede jetzt mal direkt mit meinen Zuschauern. Das ist erstmal super interessant eigentlich gerade. Ist es? Glaub schon. Findest du nicht interessant? Ja, also, ähm. Ich habe gesagt nichts mehr. Ich finde es nicht interessant, was dich gelangen wollte. Nein, nein. Das bin ich nicht. Jedenfalls, ähm. Wir reden hier wirklich von 1998, ja. Leute, 1998. So gut wie nichts war damals synchronisiert. Oh, oh. Jetzt wechseln wir toll. Sieht man ja. Eindeutig. Denn du scheinst keinen zu tragen. Wenn wir in den Norden gehen müssen, wir müssen durch die Kommanderers Room auf diesem Boden gehen. Ja. Okay. Ich dachte 6. Oh, ich kriege direkt Level 5 Karten hier. Ja. So. Und jetzt? Okay. Okay. Also, ich soll jetzt folgen. Sie zeigt mir jetzt also, wie ich zu diesem Raum komme, ja. Aber dieser Raum ist ja eindeutig nicht besonders weit weg. Hat sie noch ihren Slip hier gelassen irgendwo? Nope. Oh, Snake. Du perverser kleiner Junge. Okay, komm schon. Bewegst du dich? Snake. Snake. Okay, danke. So. Sie zeigt mir jetzt den Weg. Es gibt nur noch einen einzigen Raum. Oh. Der ist no guard. Meint der gerade die In-Game-Music? Ja. Ja. Doch. Der meinte echt die In-Game-Music. Du hast recht. Geil. Ja. Oh, doch. Ja, wirklich. Shit, du hast recht. Ja. Oh. Ich habe eine neue Box bekommen. Okay. Da geht es nicht. Socken-Bullet. Socken-Bullet. Da habe ich ja meine neue Key-Card. Neue Munition. Munition. Die ACP. Wow. Damit kann ich, ähm... Damit habe ich eine ruhige Hand, wenn ich das Zeug benutze. Also... Was haben wir hier? Farmers-Bullet. Noch ein Suckern-Bullet. Und was haben wir hier? Noch eine Ration. Das ist ja schon quasi Boss-Material hier. Äh... Zu eurer Information. Gleich kommt ein Boss. Spoiler! Dankeschön. Noch mehr Raketen? Aber hier sind viel mehr Items als sie eben drin waren. Everything is going hip-shit. Ha! Shit. Ha! 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 Hab... Den Weg erkannt. Hm... Da kann doch nicht nur dieses Ding drin sein, oder? Da muss doch irgendwas anderes... Ah, egal! B*****. Your destiny. Hey, Lady! Du... Du hast doch gesagt, ich soll dir folgen! Kann ich dich... Ich kann sie erschlagen, stimmt ja. So. Dann hau drauf! Hau drauf! Jetzt kommt sie. Tja, sie... Verlangsamt sich ja jetzt schon. Ja, gell! Klasse! Die hat doch gerade auch gesagt, ich werde sie nicht verlangsamen! Aber das ist eine Aufgabe, B**** Äh, wie wird das? So, dieser Flur hier existiert nur aus einem Zweck. Plötzlich hat sie ihre Lebensenergie und... ... die Katzin! So, also Seppel. Sie steht doch ein bisschen auf mich, findest du nicht? Komm, wie sie mich anstarrt. Sie will doch was von mir. Ich glaub, sie ist am Schlafen. Nein, nein, pass auf. Jetzt geht's los, sie will was von mir. Ja, hört man doch, wie sie was von mir will. Don't come here, Snake! Ein bisschen wie Horrorfilm eigentlich heutzutage. Okay! Are you okay? Oh, plötzlich ist sie 20 Meter weiter von der Tür entfernt. Ah, die komischen Arsch. Was? Sie hat einen tollen hinterher drauf gesagt. Nein, kannst du das gesehen? Okay! Da war's schon wieder! Du hast dich aufgepasst! Das stimmt! Wieso redet sie plötzlich so? Ah, das ist cool! Genau! Wenn ich jetzt auf Dreieck drücke, was ja eigentlich meine First-Person-Sicht ist, sehe ich ihre Sicht. Siehst du? Ich sehe also was aus ihren Augen. Creepy. Total creepy. Nein, nein, komm und geh rein. Soll ich? Es ist Zeit, ihn kennenzulernen. Ist es? Ja, ist es. Neuer Bosskampf! Es ist eigentlich total irritierend. Und dann die Geweihe. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Für was denn, Herr Schisch? Für eine Sequenz, die als eine der berühmtesten Sequenzen aller Zeiten gilt. In der Videospielgeschichte. Snake schleicht an einem Buch egal vorbei. Genau. Das ist ungefähr... Das ist eine Situation, wo ein Spiel mit einer Person... ...mein... ...treibt. So, wir sehen also, Meryl, ähm, zielt auf uns. Das ist nicht so cool, weil, ähm... Meryl! Ja, jetzt hört's. Uhuh! Like me? Halt mich, Snake! Was ist falsch? Ah, oh Gott! Meryl lief mich! Jetzt geht's aber rund! Los, nutz die Chance! Ich will dich! Snake! Man! Reiß dich zusammen! You don't like girls? What? Oh, jetzt kommt! Call! Ich nehm jetzt einen Anruf entgegen! What? Ja, das weiß ich, dass ich nicht die Waffe wenden soll. Ah! Try to knock her out! Ich soll sie K.O. schlagen, super! Auf jeden Fall! Ja! Tritt ihr in die Eier! In die Eier! Ich hab die Schlagzeug angefangen! Guck, der Psycho Man, der ist im Hintergrund, siehst du das? Hinter ihr? Ja! Woah, schon wieder so ein Eier-Mega-Gag! Guck mal, da vorne nochmal in Slow-Motion! Woah! Guck, wie weit sie geflogen ist! Äh, Leute, Domestic Violence ist nicht gut! Ja! Woah, ihre Beine sind verknickt! Ja! Ist sie jetzt K.O.? Ja, ist sie. So! Gut! Dann muss der Kerl ja wohl langsam rauskommen! Uuuu! Oho! Shit! Ja, ich provoziere dich! Okay, sie lebt noch! Ich werde euch zeigen, warum ich der größte Kraft der Psycho-Knesis und Telepathy in der Welt ist! Ist er wirklich! So! Leute, macht euch bereit! Das ist super cool! Woah! Das ist richtig! Das ist kein Trick! Er will mir jetzt also klar machen, dass es kein Trick ist hier, ja? Dann zeig mir! Komm mal, schau it to me! Dann mach ruhig! Ja! Lies meine Gedanken! Jetzt liest ihr meinen Spielstand! Jetzt diesen, den ich jetzt habe! Woah! Du Spoilers! Mit Tafel! Mit Tafel! Mhm! 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 You are extremely careful, Trav! Ooh! Mhm! Oho! Shit! Nee, nicht wirklich! Nee! Leg los, mach das. What? Ja, ich mag Castlevania. Ja, Entschuldig. Ich habe Castlevania gespielt und deswegen auf meiner Memory Card ist ein Castlevania Spielstand und den kann er lesen. Weil es auch von Konami ist. Nein, nein, ich glaube dir immer noch nicht. Zeig mir, zeig mir deine Power. Ja? Geht auch, geht auch. Okay. Kann ich auch einfach auf den Tisch, ich tue es einfach auf den Tisch, okay? Okay. What? What? Oh Gott! Oh Gott! Oh Scheiße! Ja! Oh Gott! Holy Shit! Oh mein Gott, ich habe Angst! Oh mein Gott! Guck mal, ich komm mal in der Ruhe! Es steht nicht mal mehr ganz ausgeschrieben! Guck mal! Okay Scheiße. Bis zum nächsten Mal Leute! Wow!